Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Shine Bright Till Diamond. Ich freue mich sehr, dass es jetzt so heißt. Und ja, kleines Elo-Update würde ich sagen. Ich bin nämlich gerade Gold 3. Ich bin in der Promo zu Gold 2. Ich habe bis dato, das kann man wo sehen, Moment. Hier. So, genau. Einen Luz eingefahren. Und dann noch einen Win eingefahren. Und jetzt ist es so ein bisschen das Entscheidungsspiel zu Gold 2. Das ist meine erste Promo. Bedeutet, es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich es nicht gewinnen würde. Aber da wir noch einen weiten Weg vor uns haben, wäre es schon schön, wenn ich das jetzt gewinnen würde. Ich denke, ich werde wieder Morgana spielen. Ich weiß nicht, im Moment rennt einfach mit Morgana. Fragt mich nicht, wieso. Aber es ist so. Also es macht unheimlich viel Spaß. Das Einzige, was ich mit Morgana nicht so gut kann, ist Roman. Also wurde auch ein bisschen von euch kritisiert in den Kommentaren. Das heißt kritisiert, aber ich wurde dazu angeregt, doch noch ein bisschen mehr zu ganken. Denn das stimmt. Gangs können sehr, sehr wichtig sein und sehr spielentscheidend. Deswegen, ihr habt recht. Ich werde es versuchen. Ich finde, Morgana ist nur ein sehr langsamer Champion, wodurch Roman nicht ganz so leicht ist. Und ich die Boots meistens auch nicht so schnell kaufe. Ja. Das muss ich irgendwie noch ein bisschen rauskriegen, wie ich das schlauer, schöner, besser machen kann. Aber da kann ich ja mal Johnny fragen, wie man das macht. Ansonsten kann ich mal kurz auf op.gg gucken, was für eine Winrate wir haben. Auch das ist gerade schon wieder Werbung. Weil egal, was ich tue, es ist Werbung, wenn ich irgendwelche Namen in den Mund nehme. Kann das sein? Das ist ganz schön frech. Okay, also hier steht, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das stimmt, dass ich eine 63-prozentige Winrate mit Morgana habe auf 30 Spiele. Ja, ist okay. Man geht natürlich noch besser, aber ich finde es in Ordnung. Ach so, wisst ihr, was ihr auch noch mal viel diskutiert? Ihr diskutiert immer sehr gerne darüber, wie ich denn so sitzen kann. Ähm, liebe Leute, das ist bequem. Ah, das könnte ein ekliges Game werden. Ah, ich setze auf unseren Jax. Jax, Klett, ihr beide, ne? Ihr macht das. Tatsächlich habe ich heute noch nicht geduscht, Caitlin. Aber schön, dass du das fragst. Schreibt er einfach ja. Das ist eine Lüge. Geduscht wird nur kurz vor Weihnachten, mein Lieber. Und vor dem Geburtstag. Und zu Omis 80. wurde auch geduscht. Aber ansonsten wird nicht geduscht. Das ist bei euch ja hoffentlich auch so. Das ist nämlich Gift. No, stop it. Okay, Autotext machen ist unfair. Das ist gut für dich, aber schlecht für mich. Also lass das. Remake. Oh nein, bitte nicht. Kein Remake. Nö, nicht Remake jetzt. Nö, 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 nö. Ich war im Try-Hard-Modus. Also geflasht. Egal, aber nicht Remaken. Oh. Es ist soweit. Ganz gleich. Oh nein, oh nein. Ja, safe ist das ein Remake, wenn die nicht kommen hier. Schaut euch das mal an. Hätte ich jetzt noch den Flash, ne? Habe ich aber nicht mehr. Oh, weiß da. Haben noch keinen Remake-Vote. Also lieber ein Remake als ein unfairer Aufstieg zu Gold 2, ne? Aber hier auch ganz ehrlich. Okay, ich gebe mal Base. Hier kommen wir gleich full live mit TP wieder. Das muss nicht sein. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sie Remaken. Und dachte so, Jakku, Ignite, alles raus, was du hast. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen darüber. Ich meine, es ist nicht so schlimm. Aber ich hätte es natürlich sinnvoller machen können. Poppy ist irgendwie immer noch nicht da. Und die konnten nicht Remaken. Hä? Ich bin sehr verwirrt, Freunde. Das ist nicht fair. Was ist das für ein Spiel? Das sollte spannend werden. Hallo? Das ist nicht spannend. Das ist nicht spannend. Vielleicht hat sie keinen mehr, aber das hat sie noch. Wir wollen doch wenigstens ein bisschen Spannung haben. Und nicht nur solche Dully-Matches. Also, was heißt Dully? Aber ich will doch nicht einen unfairen Promosieg haben. Obwohl ich genauso wenig einen unfairen Promolus haben wollen würde. Das ist traurig. Es fühlt mir auch ein bisschen leid für meine Gegner. Ich meine, ja, das ist rankt und so. Und man sollte da jetzt nicht zu viel Mitleid haben, weil die Gegner es halt auch nicht mal anders machen würden. Die würden es halt hart ausnutzen. So, haha, eine Afk, na dann. Aber irgendwie... Hallo da. Hier habe ich halt doch Mitleid. Oh, ich sterbe gleich. Ich habe doch nicht mehr so viel Mitleid. Ich habe mich gerade getäuscht. Die nehmen wir aber mit. Ich, dich nehme ich mit. Schnell auf die Lane zurück. Ich ping noch mal Miss. Die sollte doch eigentlich schon wieder da sein. Was passiert hier unten? Eine tote Nami und auch noch eine tote Catelyn? Das war ja nicht so cool. Wisst ihr eigentlich, wie cool das ist? Also, wie cool, wie ehrenhaft das ist, dass die nicht aufgeben oder sich beschweren im All-Chat, sondern tatsächlich einfach durchziehen? Die spielen einfach. Die sagen nichts. Gut ab, meine Freunde. Warum ist die Lissandra eigentlich dauerhaft auf Botlane? Ist das so dein Plan jetzt, um zu gewinnen? Drei gegen zwei Botlane? Ja, Freunde. Ich prophezeie, ich gewinne mein Promogame. Ich bin mal so frei und sage das einfach mal raus. Ich glaube, es wird sehr schwierig, das noch zu verlieren. Ich meine, ich habe mehr oder weniger auch alle Turret-Stacks jetzt bekommen, wenn ich bekommen kann. Ich bin zwei Level ahead. Und die Botlane haben sie mit der Aktion halt auch nicht wirklich vorangebracht. Schwierig. Ja, da habe ich vorhin noch groß von Rome geredet in der Champion Selection, beziehungsweise davor. Und jetzt, naja, ich bleibe halt in meiner Mitte. Ich meine, ich nutze es halt jetzt auch, indem ich pushe. Gehen wir mal ein bisschen auf die Botlane. Ich meine mit drei, zweieinhalb tausend Gold, könnte man schon auch irgendwann auf die Base gehen, ne? Ah. Ah, jo. Gut. Jetzt tankt der Lucien. Tut mir leid, Lucien. Jetzt haben wir 3.000 Gold. Ich weiß nicht, was ich zu dem Game sagen soll, ne? Ich war immer so excited, wenn ich meine Promos gewonnen habe. Na ja. Dann haben wir die Toplane beobachten. Oh, schön. Den hat er gleich, denke ich. Ah, you can do it. Ich glaube, die spielen auch nur noch irgendwie, damit sie spielen, ne? Also jetzt nicht so, dass sie gucken, dass sie ihre Basis verteidigen oder irgendwas. Die sammeln sich halt immer so auf einer Lane und gucken, ob sie noch irgendjemanden abgreifen können von uns. Also ich glaube so, das ist deren Ziel. Mehr haben die gar nicht vor. Mehr wollen die irgendwie gar nicht. Wir machen mal den Intibitor auch noch. Ich meine, hätte ich jetzt mitgeholfen, hätten wir wahrscheinlich den Turret bekommen können. Sorry. Das ist ja eine Mille-Fischi. Ich muss den Farm abgreifen nebenbei. Ich werde diesen Intibitor zerstören. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Game tue. Da kommen noch mehr Minions, okay? Dankeschön. Hoppyshop. Oh Gott. Wieso ist diese Caitlin so witzig? Bad game, well played. Es war wirklich kein schönes Spiel. Schmutz. Das ist nicht schön. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass es bergauf geht. Ja, aber... Es fühlt sich falsch an. Ansonsten, ja, kein spannendes Game. Aber tatsächlich mein Promo-Game zu Gold 2. Solche Games gibt es halt auch immer mal wieder. Gefühlt hat man nur selbst öfter den AFK da im Team. Was nicht stimmt. Aber gefühlt ist es halt so. Ähm, und ja, auch wenn das jetzt bestimmt kein so cooles Game ist zum Zugucken, dachte ich, ich zeige es euch trotzdem. Und danke euch fürs Zugucken. Und ja, lasst mir auch hier gerne wieder Feedback da. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.